so ich bin mal wieder unterwegs jetzt hier im allgäu heute 24 kilometer wir waren bei baufritz zur bemusterung deswegen bin ich auf barf mit baufritz kappe unterwegs es wird glaube ich eine ganz schöne strecke zum centerpark mal gucken wie es jetzt wirklich sich entwickelt heute morgen hat es geregnet gerade sieht der himmel super aus ganz tolles wanderwetter ja So, fast zehn Kilometer ist ordentlich Gegenwind. Ich musste einmal kurz durch den Wald gehen, weil ich den Weg nicht mehr richtig gesehen habe, beziehungsweise nicht gesehen habe, wo er abbiegt. Habe es dann aber wieder gefunden. War ein bisschen ätzend und ich habe jetzt ganz viele Brennnesseln am Bein. Das juckt ein wenig, aber ansonsten alles gut. Und ich hoffe, diese Wolken machen gleich keinen Regen. So, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, die letzten Meter. Ja, jetzt doch die letzte Strecke. Bisschen was länger gedauert als gedacht. Zum Glück nicht mehr ganz so viel Wind. Es war ein sehr schöner Lauf heute. Lange nichts mehr gemacht. Zum Glück haben mich die Kinder dahin geprügelt. Ich soll es machen und ich soll auch das Video machen. Also ich hoffe, das war ganz okay. Das sind jetzt bis in drei Stunden 20 Minuten. Vielleicht, wenn ich ganz oben bin, schon 20 Minuten. 23 plus Kilometer. Das war sehr schön. Jetzt gleich noch schnell ins Schwimmbad springen. Vor dem Abendessen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020